und hallo herzlich willkommen ich freue mich dass sie wieder eingeschaltet habt ich bin der grätsche und heute mal eine partie fifa alleine im online saison modus ja nach vielen spielen mit dem matze in der coop saison wo es zuletzt irgendwie immer schlechter wurde gott weiß warum zwischendurch gab es ja auch mal immer wieder lichtblicke aber hier und da gab es ein gutes spiel aber und wir haben keine konstante man bekommen und dann dachte ich mir eben versuchst es doch mal alleine dein glück und wir schauen mal welche gegner denn nun jubel ok keine guten erinnerungen an diese mannschaft mit dem hat sie immer hohe klatschen gekriegt aber ich denke wir kriegen das hier zusammen hin so ja ja kriegen wir gut hin dass die um was war ich denn hier mein glück gehabt ja ich spiele mit einer 433 aufstellung eigentlich genau so wie es zum schluss auch in liga 4 mit dem matze in der coop saison gespielt habe ich habe ja auch nichts groß geändert das war alles noch so gespeichert ich habe einen koster links beziehungsweise rechts droppen ist auf der bank also wir könnten da noch was gut nachlegen und so alle war und immer jawohl und ab geht die post mit ribery also das ist ein und das geht war schade ja 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 ich sage ich sage blanke bad ist keine wo gefällig durchgelassen jede gute Der war doch schön, oder? Und Diago Also, würde sagen, ein guter Beginn Bis auf, ja gut, die ersten drei Minuten waren jetzt nicht so Aber ansonsten Aber vielleicht sollte ich auch einfach meine Klappe halten Ehe ich mich schon wieder hier selber lobe Der kam noch gefährlich Ich glaube, wir werden mal ein neuer im Tor Da passiert nix Jetzt vielleicht schnell Jetzt wieder hoch Ja Setz ich mich hier wieder nicht konsequent durch Wojowin zu Null, oh Janic So Ja, griff es erstmal vorbei, sie verlieren Neewon Schön Komm ich aber Jetzt vielleicht Oh, Lewandowski, jawoll Goal Robert Lewandowski 1 zu Null Über die Flanke, ja Sollte man es vielleicht merken So, 1 zu Null Ich denke, wenn man die ersten fünf Minuten vielleicht weglässt Ähm Ist es auch verdient, ja Aber weiter dranbleiben Denn eine 1 zu Null Führung habe ich auch schon oft genug Aussagen gegeben Und dann, los, los, los Ah Ah Das war sehr gut Noch halt Nein Okay Weiter Ah Den Ball spielt er gleich wieder zurück Aber laupt, nein Nein, nein, nein Oh Na ja, komm mal mal zu Oh, alter Schwede Und schon haben wir Glück Ach Du Jawoll Man setzt sich durch Ja, boah, schön Und Gegenzug Vielleicht schaffen wir es gut zu kontern Kosta ist schnell Jawoll Komm, 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 komm Das muss 2-0 sein Das muss es Ah, was mache ich denn 2-0 Er sollte doch Oh Ich wollte ihn Eigentlich schießen Oh Pass es wieder rüber Komm, komm, heiß Jetzt durch Ah Verdammt Oh, Mann, ey Was ist das für ein Spiel hier Ja Es gibt es doch gar nicht Erst Glück Dann hätte ich was es 2-0 machen können Jawoll, komm Und nochmal die Flanke Wir haben es gekauft Oh, schade Jetzt können wir uns nicht durchsetzen Das ist nicht zu viel Raum hier Ich glaube, der kann auch ganz gut kontinieren Ja, setzt sich durch Mal aber rein Ja, so schön Gut geklärt Und weg das Ding Guter Abstoß Oh, naja Oh, schön Ah, der kostet auf rechts Ich liebe das Der ist so schnell, der Junge Oh, der muss sitzen Nein Block da Ach Auch noch für ihn Ja, schade, verdammt Okay Ja, wie gesagt Ein Koster auf rechts Sowas von schnell Der gehört ja eigentlich auf links Aber wenn du ein Ribéry hast Kannst du irgendwie nicht auf den Ribéry verzichten Auf einen einen Robben theoretisch auch nicht Aber dann haben wir lieber noch was In der Hinterhand, ja Was frisches, schnelles Den wir dann vielleicht in der zweiten Hälfte Ja, was heißt vielleicht Ich denke, ich werde ihn mit Sicherheit in der zweiten Hälfte bringen Aber Ja, verdammt Oh, ich verliere ja auch viel zu leicht den Ball Konter, jetzt kann ich wieder kontanieren Oh, was war ich denn? Oh Wenn ich die neue nicht im Teutel, ne? Dann bin ich hier bestimmt schon wieder zurückgelegen Okay, komm, außerdem Gewoll So, kontern, na, mit Lahm natürlich Das ist natürlich auch nicht so Oh Hummels Das macht der Hummels Sinn hier vorne Sowohl schön Das ist ein Lahm in der Mitte, das geht so Nee, ja Oh Das war ja super Der Lahm in der Mitte Mit Hummels als War gerade mal die Rollenverteilung Eine etwas andere Jetzt muss man wieder aufpassen Hummels So, genau Oh, und ich lauf rein Wenn ich schön vorbeilaufen könnte Nein Komm, 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 alle Ball Oh Und wieder der Neuer So Jetzt noch raus Jawohl, safe Und halbzeit So Und rein ins Glück So 45 Minuten müssen wir noch überstehen hier Aber es ging mir hin, Leute, oder? Ich bin da positiv Ich gehe das hier heute mal ruhig an Boah, schön Jawohl Das läuft doch mal, Kosta Boah, schade Ja, da kommen wir doch gut aus der Kabine War doch eben eine gute Chance Aus der wir vielleicht hätten auch wieder mehr machen müssen, ja Wer weiß, wie viele Chancen wir hier noch kriegen Naja Keine Mitte Ah Und wer hofft doch noch Ah Schön Ah, Stand Vidal Los geht Ah Oh, scheiße Machisio Kann ich mich nicht konsequent durchsetzen, soll jetzt wieder Rückzug Und Ja, scheiße Das Oh Wieder Neuer Meine Güte Mit der Kurze-Ecke kann ich den Nee, da Oh, Neuer, was war's um? Aber der Ball weiter im Spiel Kleidenswichtigste schon Aber am Ende musst du halt auch mal treffen Die Qualität der Und jetzt ein Klo Boah Was für ein Schuss von ihm Wollene Güte Also Glück haben wir ja auf jeden Fall in dem Spiel Bis jetzt, ja Da hat er jetzt, glaube ich, das war der zweite Pfostenschuss Dann haben wir Neuer im Tor Komm schon Ah Da verlieren Sie den Ball Neuer hat er bestimmt auch schon Drei oder vier Paraden, würde ich sogar behaupten Die Wo uns da das Tor Ähm Das Gegentor gerettet hat Und jetzt tut das Kosta Na Die Die durchsetzen Du, jetzt, dir was geht Woll, setzt uns durch So, Schuss, komm, rein Jawoll 2-0 2-0 Wie geil ist das denn? Was für ein Schuss Boah, sehr schön Leute, 2-0 Ja, da konnte ich auch nicht viel machen Denn Nicht mehr, musste ich schießen Aber, dass er den natürlich so trifft Guckt euch das an 2-0 Und das war ja eben noch Fast das 1-1 gemacht hätte Sehr schön Und ich stell mal hier Ein bisschen auf Defensive ein Denn jetzt haben wir 2-0 im Brücken Und noch eine halbe Stunde zu spielen So, komm Wo sind die Null? Oh, schon Dann setzte sie sich durch So So, durchatmen hier Fünf Ecken hat er schon gehabt Zum Glück flog noch keinen ins Tor Von uns Aber kommt dran da Auch wieder so ein knapper Schuss So Wohin? Na, ich glaube, ich mach hier Nein, jawoll Nein Stark Woher den? Ja, hier fit Im echten Leben Gerade noch nicht so Aber der soll ja auch bald wieder fit werden So, jetzt habe ich keinen in der Mitte Keiner läuft mit Kosta da unten Ich glaube, den nehme ich auch gleich mal raus So, wiederher kommt Schluss Uh! Starke Paradefunkte von Aber auch ein guter Schuss von Nida, ja Muss man ja auch mal dazu sagen So, Kosta die Ecke Komm, 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 komm Komm, 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 sie durch Das ist vielleicht Ah! Hätte dich vielleicht hier auf Diagoras, glaube ich, passen können Und das geht Und 3-0! Und das 3-0! Uh, 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 uh Leider kein Lupenreiner-Hatrick, aber Sein drittes schon, jawoll Oh, wenn ich den Jungen nicht drin hätte, ne? Was wäre dann in diesem Spiel? Meine Güte 3-0, sondern ich glaube Ich wechsle jetzt gleich mal hier aus W-Logs 90 heißt der Gute Gegner Aber jetzt muss ich erstmal wieder an den Ball Kommen, um auswechseln zu können Jawoll Kokomo kriege ich noch Ah, okay Dann nehme ich jetzt Ah Ich glaube, ich werde den Kosta drin lassen Ich will mich nicht beschweren 3-0 Wenn ich so ein Ergebnis mal mit dem Matzenkriegen würde Ah ja, ein Traum So Dann zwei Frischereien Müller und Robben Da, wenn du die von der Bank bringen kannst Das ist auch Jackpot So, jetzt muss man hier in den Safe halten Komm schon, Wander! Oh Der hält uns hier bisher die Null Oh, komm schon Oh, war noch drin sogar Okay, er hat aber auch gewechselt Was hat das denn hier so? Okay So, na Hi! Oh, und wieder ins Aluminium Hat der aber auch ein Pech, ey Oh, oh Dritte Meischen So, jetzt haben wir rum Oh, jetzt zieh, zieh, zieh Oh, Arschal Hätte ich mich vielleicht ein bisschen klarer Durchspielen können Und wieder Müller So, jetzt haben wir hier einen Kosta auf der Seite Ja, wie geil ist das denn? Komm schon, zieh Ah, haben wir noch Blanke, komm Marien Jawoll! Und es ist wieder Leverdoski Wobert Jawoll Und jetzt ist es aber ein Lupenheiner-Trick Ist das zu fassen? In 18 Minuten Drei Tore Ja, ich würde sagen Alles richtig gemacht, oder? Sagen wir, Lever, äh, Kosta auf der Seite gehabt Und 4-0 Und, okay Aber ich staune, dass, äh, dieser, der Velux 90 hier Das doch so durchzieht, ja Mal noch drin Denn, ich glaub Die, na, ist gottisch wieder zu viel Denn, der kann jetzt hier im Grunde nix mehr holen Denn, ja, oh, wie geil ist das denn? Komm schon, die, mach mal, die, mach mal Jawoll! Goll, 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 goll Das erinnert ihr an Bayern-Arsenal Wie geil ist das denn? So, jetzt haben wir die Hand voll Und der Leverdoski hat auch die Hand voll Boah, schön Durchgesetzt hier, kurz hochgezogen Und dann ins linke Eck 5-0 Hätte mir das eine hier vorher gesagt Dann hätte ich sofort unterschrieben Beim 2-0 hätte ich schon unterschrieben Auch 5-0 Leute, was holen wir in dem... Oh, ja gut War jetzt unnötig Aber jetzt will ich hier auch die 0 halten Und mit einer gelben kann ich noch leben Vital ist eh, bewusst So, 5-0 Also ich komm echt nicht drüber weg Aber weiß, ob wir jetzt hier noch das 6-0 machen Das wäre ja... Das wäre ja schon fast zu vieles gutmütig behaupten So Die kann man, okay Ja, wo war ich vor dem 5-0 stehen geblieben? Ich staune, dass er das noch nicht beendet Dass er das wirklich so durchzieht Das hat man ja auch nicht so oft Die meisten waren dann auch ziemlich auf So, jetzt, komm, Müller Ah, schade Oh, ja So Jetzt Bitte Setze ich durch, ne, schade Oh, Hummels Hummels ist heute auch gut Hummels, also für mich die Top-Spieler, die ich jetzt hier gerade in dem Spiel habe Neuer Der hat uns ja einige Paraden Rausgeholt hat Und jetzt Jawohl Neuer sicher Mit Lewandowski Also wenn Lewandowski keine 10-0 kriegt, ne Dann weiß ich es auch nicht Also der ist definitiv Spieler des Spiels, aber Neuer Ja, okay, was der uns heute geholt hat 5-0 Ich kann es gar nicht oft genug betonen Alter, Matze, wenn du das Spiel siehst, wir müssen das irgendwie in die Coupsaison reinkriegen Und das war's Da muss ich mich mal selber beklatschen 5-0 Leute, wie geil Wie geil 5 Stüsse, 5 Tore, ja, volle Ausbeute Mit Lewandowski Das war glaube ich das 3-0 Traum Traum, Leute, ja, ihr seht es auch Seit langem mal wieder ein Sieg Meine Coupsaison spiele ich hier nicht regelmäßig Aber Echt Ich habe ja hier mehr Unentschieden als alle andere Aber Und ja, ihr seht es ja, ne Der war gar nicht so viel schlechter Der hatte 9 Schüsse mehr als ich Der hatte einen Schuss mehr aufs Tor Also der hätte hier gut Das Spiel hätte er auch gut und gerne in eine andere Richtung gehen können So, und jetzt guck mal an Ja, war klar Dass Lewandowski eine 10 kriegt, muss Also, das hätte mich auch gewundert Und der neue auch eine 8-6 Kostet aber auch Bären stark in dem Spiel Ähm Schauen wir nochmal auf die Ereignisse hier Ja, Lewandowski, Lewandowski Lewandowski, Lewandowski 5x Lewandowski Wahnsinn Hat er ja schon mal geschafft Gegen Wolfsburg Aber jetzt hier auch im FIFA Ja, Wahnsinn, Leute Wahnsinn Unfassbar Ja, in dem Sinne Ich bedanke mich fürs Zuschauen Ähm Ich weiß gar nicht, was ich groß noch sagen soll Ich denke Regelmäßig kommen die Saisonspiele hier nicht raus Ich denke, das wird mehr dann mit dem Matze wieder laufen In der Coupsaison Aber das war schon mal Wahnsinn Und ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute Bleibt auf jeden Fall dran Bis zum nächsten Mal Ciao Ciao Bis zum nächsten Mal.